Willkommen bei Paraspotting. Das ist der Landeplatz von Schiers. Er gehört zum Fluggebiet Phanas Sasauna. Also man kann hier Richtung Westen Phanas sehen und der Landeplatz von Schiers hier ist eine Alternative zum Landeplatz von Grüsch. Grüsch ist hier eben auch ein paar Kilometer talabwärts Richtung Westen. Im Vergleich zu Grüsch ist diese Wiese hier deutlich kleiner zwischen der Schnellstraße und der Eisenbahn, was bei normalen Bedingungen ist sie immer noch mehr als groß genug. Eine schöne große Wiese. Allerdings wird hier der Talwind in der Regel, das Tal ist hier schmäler, also der Talwind wird hier kanalisiert und in der Regel stärker als in Grüsch. Das heißt, die Felder bei Grüsch sind bei starkem Talwind definitiv vorzuziehen. Der Vorteil hier wäre zum Beispiel, dass der Parkplatz etwas näher ist und auch nicht auf zehn Stunden beschränkt ist. Den Link zum Parkplatz hier in der Nähe, den findest du auch in der Videobeschreibung. Ja und übrigens von hier aus auch sichtbar der 2300 Meter hohe Gipfel der Sasauna. Ah! Vielen Dank.